Sonnenaufgang hier gerade am Yama, das heißt Attacke Vollgas, wir gehen angeln. So, kommen wir ungefähr an hier, ich glaube ich teste mal einfach hier auch in diesem Bereich. Ich hatte gestern Abend vom Android noch gehört, hier lüppt die Dolly. Ich muss gestehen, ich weiß die Koordinaten nicht mehr so ganz genau, aber grob in die Happy Hour, sehr schön. Grob in diesem Bereich, zack, soll doch hier was gehen, erster Wurf, erster Beast, es fängt schon gut an. Ich schmeiß hier gerade, ja, einen super kleinen Köder raus und zwar vom Weihnachtsmarkt, die ganz kleinen, feinen, dünnen Köder. Und was soll ich sagen, fliegt ziemlich weit raus das Ding und das hier auf so einem genialen Prügel. Dieser Prügel, zack, machen wir erstmal einen Keter, ist die Troutmaster Casting Medium Light Route mit wahnsinnig geilen Werten drauf. Auf 3 bis 18 Gramm Wurfgewicht und dazu das passende Setup bzw. auch die passende Rolle. 3 bis 18 Gramm ermöglicht einfach eine Wahnsinnsspanne an verschiedensten Ködern hier raus zu jubeln. Wir können auch irgendwelche Topwater hier raus ballern. Ähm, zusätzlich noch 10% erhöhte Reichweite, also ein richtiges Sahnestück. Ähm, damit, ja, zack, und da geht der nächste Brocken rein. Damit haben wir die Chance halt hier richtig schön was rauszuziehen. Gerade an der Yama, ähm, haben wir natürlich da die Möglichkeit, wo jetzt hier keine Hechte sind und uns möglicherweise unsere dünne Schnur durchbeißen. Können wir das halt hier richtig schön nutzen. Und wir kommen mit den Ködern bis auf die andere Seite. Wir können quasi einmal quer rüber werfen hier. Sensationell. Die Ruder hat einen Plus auf Wobbler. Auch nicht schlecht. Aber das Plus, äh, guck mal da, 5,7er Dolly. Schönes Teil. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ähm, und das hier schön auf dem Topwater. Gore nicht schlecht. Zack, ich werfe nochmal ein bisschen raus und lasse mal ein bisschen treiben. Also, plus 10% Wurfreichweite, das hilft. Und was macht das Ding noch so genial? Hier die Simon Minister Phantom mit einem Wurfgewicht von 1,9 Gramm. Auch das also richtig genial. Also, dieses geniale Teil mit diesem guten Wurfgewicht. Ideal für kleine und mittlere Köder. Das Teil kommt direkt von RF4. Per Post zugeschickt. Und was soll ich sagen? Es könnte deine neue Route sein. Denn das Teil wird gleich, beziehungsweise in den nächsten Tagen hier verlost. Ähm, die Troutmaster Medium Light mit Rolle. Heißt also, Route plus Rolle. Wir gucken mal gerade eben rein. Route, Rolle. Schnur packe ich auch noch mit da drauf. Dann ist das, äh, zumindest schon mal ein bisschen stimmig hier. 12,2 Kilo. Das ganze Teil ist auch noch ein bisschen verbessert. Das heißt, äh, hier das Teil hat auch schon eine gute Schmierung drauf. Beziehungsweise eine 1A Spule. Das heißt, das macht das Wurfgewicht dann auch nochmal, geht da vom Wurfgewicht nochmal ein bisschen runter. Also, ein Sahnegerät. Richtig gut eben fürs Feine und Leichte Angeln. Ja, und wie kann man das Ganze gewinnen? Ähm, es folgt jetzt halt gleich ein kleines Video zu dieser Route. In diesem Video werden halt, ähm, die Stuts nochmal ein bisschen gezeigt. Beziehungsweise auch ein paar gefangene Fische. Rechnet die Gewichte der Fische zusammen plus euer Level. Mitmachen kann jeder ab Level 28. Das ist jetzt ein Gewinnspiel für Spieler, die etwas höher sind vom Level. Also, ab Level 28 kann man diese Route auch erst verwenden. Ähm, 28 plus vom Level, dann ist das alles gar kein Problem. Ähm, heißt also, die Fischgewichte zusammenrechnen, die ihr da seht im Video. Euer Level dazu addieren. Das unten in die Kommentare reinschreiben. Und dazu am besten noch Hashtag RF4. Hashtag RF4 unten reinschreiben, damit ich dann später bei der Kommentarauswertung und bei der Verlosung sozusagen einfach euch rausziehen kann. Ganz wichtig natürlich auch, damit ich euch das zusenden kann, ähm, dieses gesamte Set, euren Ingame-Namen auch mit in die Kommentare reinschreiben. Also, gönnt euch den Brocken. Guckt euch das Video, äh, bis zum Ende an, damit ihr, äh, die gesamten Gewichte zusammenzählen könnt. Äh, wie gesagt, addiert euer Level, euer aktuelles Level dazu. Und dann viel Erfolg dabei. Dickes fettes Dankeschön auch nochmal an RF4 für diese geile Aktion. Petri, bis zum nächsten Mal im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Oder im nächsten Video hier auf YouTube. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal im Livestream. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.